Eine Epoche. Was ist das eigentlich? Epochen sind gedachte Gliederungsabschnitte, in denen wir Geschichte denken. So eine Epoche kann ganz lang sein, wie das Mittelalter. Oder verdammt kurz, wie zum Beispiel die goldenen Zwanziger. Wichtig ist aber, Epochen sind vom Betrachter konstruiert. Objektiv richtige Epochen gibt es nicht. Man kann und muss ihre Einteilung diskutieren. Je nachdem, mit welchem Blick wir auf Geschichte schauen, erscheinen uns unterschiedliche Dinge als wichtig. Für eine Politikhistorikerin kann zum Beispiel eine große Schlacht oder ein wirkmächtiges Verfassungsdokument ein wichtiger Einschnitt sein, während ein Wirtschaftshistoriker zum Beispiel den Wandel der Arbeits- und Lebenswelt in den Blick nehmen würde. Für eine Kulturhistorikerin wären wiederum andere Dinge wichtig. So kommen wir je nach Fokus zu ganz unterschiedlichen Epochen. Besonders verlockend ist es natürlich, sich ein Ereignis als scharfe Epochengrenze zu suchen, die zwei weitgehend statische Zustände voneinander abgrenzt. Das ist aber natürlich Unfug. Auch innerhalb von Epochen findet Wandel statt. Und Epochengrenzen sind häufig gar keine so gravierenden Zäsuren, wie es den Anschein hat. Normalerweise gliedert man die europäische Geschichte in fünf Großepochen. Die Uhrenfrühgeschichte vor dem Aufkommen der Schrift, die Antike bis etwa 500, das Mittelalter bis etwa 1500, die frühe Neuzeit bis etwa 1800 und die neueste Zeit, die bis in die Gegenwart reicht. Die römische Geschichte ist dabei neben der griechischen Geschichte ein Bestandteil der Antike. Hier ist eine und keineswegs die einzig mögliche Gliederung. Im Wesentlichen unterscheidet man die Frühzeit, die Zeit der Republik, die Kaiserzeit und die Spätantike. Bei der Republik und der Kaiserzeit lohnt es sich noch, Unterepochen festzulegen. Gehen wir das Ganze einmal durch. Im 7. Jahrhundert vor Christus finden sich erste städtische Strukturen im archäologischen Befund der Stadt Rom. Das Gründungsjahr 753 ist nachträglich konstruiert. Zu Beginn gibt es wohl Könige, die schließlich vertrieben werden. Langsam bildet sich das politische System der Republik mit dem doppelt besetzten Konsulat als Spitzenamt heraus. Im 3. und 2. Jahrhundert vor Christus expandiert Rom und wird die dominierende Macht im Mittelmeerraum. Das zieht aber eine innenpolitische Krise nach sich. Die Republik kollabiert. Mit Augustus entsteht das Kaiserreich. Das 1. und 2. Jahrhundert sind eine Zeit kultureller Blüte. Im 3. Jahrhundert kommt das Reich jedoch mehr und mehr in eine Krise. Im 4. Jahrhundert stabilisiert sich die Situation noch einmal. Und das Reich bekommt eine neue Religion, das Christentum. 395 wird das Reich endgültig in zwei Hälften geteilt. Die westliche zerfällt schon nach wenigen Jahrzehnten. Die östliche entwickelt sich zu dem, was wir heute Byzanz nennen und was ein Bestandteil der Geschichte des Mittelalters ist. Das Byzantinische Reich überdauerte das Westreich um tausend Jahre. Wenn ihr nichts über das Römische Reich mehr verpassen wollt, dann abonniert doch meinen Kanal. Und außerdem möchte ich euch an dieser Stelle mein Buch ans Herz legen. Römische Geschichte für Kinder gibt es überall zu kaufen, wo es Bücher gibt. Bis zum nächsten Mal.